So, grüß euch miteinander. Ich darf euch heute eine ganz neue Aktion zeigen, das hat es bei Teamsport Hofbauer noch nie gegeben. Und zwar haben wir am 2., 3. und 4. Januar den sogenannten Teamsport Hofbauer Weihnachtsbasar. Und ja, da kommt es ein bisschen auf euch drauf an. Und zwar haben wir auf das ganze Sortiment, wo unser Räumungsverkauf jetzt zutrifft, die Ware zum Verhandeln für euch. Also z.B. bei dem Trainingstopp da, Kapuzen-Trainingsstopp von Nike, das wo normalerweise 45 Euro kostet, zeigt ihr euer Verhandlungsgeschick und sagt, was ihr für den gerne zahlen würdet. Und wir sagen mir dann, passt oder passt nicht. Also könnt ihr euch da auf alle Fälle schon mal attraktive Preise dabei außerhandeln. Das ganze geht natürlich auch noch weiter. Ich zeige euch dann noch weitere Artikel. Zum Beispiel dann auch bei den Sporttaschen, bei der großen Sporttasche von Hummel, wo man gut brauchen kann, Fitnessstudio, Fußball oder sonstige Sportarten kostet jetzt regulär 39,95 Euro. So hätten wir 40 Prozent. Sagt ihr, was euch die Werte sind, was ihr gerne zahlen würdet. Und somit könnt ihr vielleicht mit ein bisschen Verhandlungsgeschick auch noch über die 40 Prozent rauskommen. Und da echt noch ein Falschnäppchen im neuen Jahr haben. Das Ganze zählt natürlich auch bei den Fußballschuhen, auf unserer Fußballschuhbahn. Alle Modelle, die quasi vor November gekommen sind, wie z.B. vom Nike Superfly in Weiß, der wo ja regulär bei 270 Euro liegt. Da hätten wir jetzt so 50 Prozent drauf. Und da kommt es, wie gesagt, auch wieder auf euer Verhandlungsgeschick drauf an. Was wollt ihr für den Schuhen zahlen? Wie billig könnt ihr dann mit rausnehmen? Wie gesagt, es gibt da jetzt eigentlich keine Grenzen. Schaut vorbei, nutzt es aus. So was haben wir noch nie gehabt. Kommt auf, ob wir das dann jemals wieder haben. Von dem her, da das ausnutzen. Und zeigt euch mal eigentlich ein Verhandlungsgeschick. Wir sehen uns auf dem Team Sporthofbauer Weihnachtsbasar. Also, bis dann. Ciao.